Ich bin Alain Miro, Künstler aus Syrien. Ich hatte eine eigene Galerie in Syrien, auch ein Atelier daneben. Ich habe viele Bilder gemalt und verkauft. Wenn ich malere, ich vergesse die ganze Welt. Ja, ich lebe auf dieser Leinwand ein paar Stunden oder ein paar Tage. Zum Beispiel, ich mache ein Bild von dem alten Künstler. Das oberste Bild, das ist von Michelangelo, Adam. Und Adam hat normalerweise kein Kleider und das ist verboten in Syrien. Aber man darf hier schon malen. Also in der Schweiz gibt es mehr Freiheit, man kann schon malen. Darum denke ich an das Geld nicht. Wie viel verkaufe oder verkaufe ich, das spielt mir keine Rolle im Moment. Ich bin frei im Moment. Ich kann schon als Künstler leben. Ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei. Ich bin frei und fertig. Untertitelung des ZDF, 2020